Da ist tatsächlich eine Tür. Man kann die gar nicht erkennen. So, dann haben wir die Einzelhaft und die Waffenkammer durch eine elektrische Tür. Das ist okay. Wenn dann kein Polizist da ist, verhungern die. Das ist dann nicht so schlimm. Was wollte ich noch machen? Licht, ne? Licht, richtig Licht. So, jeden zweiten Mal machen wir ein bisschen Licht hin. Ich wundere mich, warum unser Boden schon wieder so dreckig ist. Das ist ja widerlich. Ja, weil die Arbeiter hier... Wir haben noch keine Fußmatte, deswegen müssen sie sich erst vorhin eingefüßen sein. Wir müssen die Füße abstreifen. Ich glaube, meine Zuschauer gehen langsam ins Bett. Na gut, wir haben uns auch eine Uhr. Fünf. Ja und? Das ist eine legitime Zeit. Nein, 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 nein. Finde ich jetzt überhaupt nicht. Ich kann mich doch nicht verlassen. Hm? 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 Hm, hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Geht doch nicht, ey. ja dann hätten die gänge hier fehlt noch ein bisschen licht aber grundsätzlich hätten dann die gänge hätten dann auch licht dann hätten alle bereiche licht dann hätten wir tatsächlich das licht hier oben fehlt noch irgendwo leitung genau aber es wird ja schon gezogen dann hätte dieser trakt der erste zellentrakt hätte dann eigentlich alles was er braucht genau hattest du schon büros da unten irgendwo eingeplant ich habe bis jetzt nur die bewährungs zellentrums bewährungsanhöhung der büros wir haben ja noch platz genau was brauchen wir denn noch also wir haben ja noch ein paar sachen die da unten hin könnten mhm 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 азывais mhm da schon das wird die kantine schätze ich würde jetzt anfangen mit den kleinen rohren aber ich will jetzt warten dass die großen rohre vielleicht nur ansonsten künstler sind sie befordert ja ja nicht gibt es noch irgendwas aber siehst du dass meine anzeigen sind alles so groß ich weiß nicht warum man steckt nicht drin wir brauchen dann rechtsanwalt buchhalter sicherheitschef direktor das heißt wir brauchen hier unten eigentlich nur vier büros vier büros muss sein vier mal vier weißt du wieder die ich fast mein lieblings das ist wenn man so unbeholfen ist das kann man von meiner schreibtisch verfolgt und könnt ihr den schreibtisch aufräumen aber könnte man muss man eben Wir machen dann einfach noch mal eins hier. Wie habe ich das Gefühl, das Spiel kommt nicht klar. Wenn zwei Leute bauen, kommt das Spiel nicht klar. Ich glaube es auch. Es ist unglaublich, wie viele Befehle hier nicht ausgeführt werden. Hörst du jetzt mal aufzubauen? So, wegen mir kannst du jetzt weitermachen. Was hältst du davon, wenn wir hier unten das Büro, den Bürokomplexchen bauen? Bei den Bewerbungsanhörungen? Ja. So sähe der dann aus. Das wären dann die vier Arbeitsplätze, die wir noch zu vergeben hätten. Ich meine, Platz haben wir ja unten. Deswegen habe ich nichts, was dagegen spricht. So, baust du jetzt gerade was? Ich baue gerade meine kleinen Leitungen. Gut, dann baue ich jetzt nichts mehr. Ich habe da keine Lust mehr zu. Das ist wirklich so. Wenn du was setzt und ich bin gerade am Planen, wird meine Planung abgerissen. So kann ich nicht arbeiten. Das mache ich nicht mehr. Nö, ehrlich. Das krieg ich doch schon wieder ein Rappel. Kann doch nicht sein, sowas. Wo sind wir denn hier? Du sagst mir Bescheid, wenn du fertig bist, ne? Ja, ich bin fertig. Da geht problemlos. Kann nämlich gleich der Chef umziehen, weißt du, dann können wir die Dinger da oben abreißen und dann mache ich da oben mal, machen wir es mal dicht da oben. Sehr gut. Aber sieht doch so schon mal gar nicht so schlecht aus, oder? Ja. Jetzt macht er sich wieder eine Dose Billigbier auf. Ach, ist ja schlimm. Rauchen, Alkohol und Fußballfan. Ganz schlimm. Das war richtig. Die haben aber auch überhaupt keine Lust zu bauen, die Jungs, ne? Nee, irgendwie. So, dann kann ich ja eigentlich schon mal in, jetzt ist die Frage, Zellenstatus, Raumqualität. Achso, wir sind ja noch gar nicht als Zellen ausgerufen, dann kommt er ja auch nicht klar da drauf. Die Jungs. Ja. Ich habe ja noch gar nicht, jetzt noch gar nicht fertig. Die Jungs. Ja. Guck mal. Habt ihr denn da unten jetzt schon mal was gebaut, oder? Ach, ihr seid damit beschäftigt. Sehr gut. Oh! Oh! Boah, ist wirklich grausam, wie lange brauchst du noch? Äh, im Moment, ich muss nur noch kurz die Spülen hinstellen und dann bin ich fertig. Na, wieder, da, 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 Feliz Navidad, da, Feliz Navidad, da, Feliz Navidad. Das ist ja fast das gleiche. Ja, 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 ist konsistentisch. Okay, ich bin fertig. Sehr gut. Weil ich kann auch nicht mal, ich kann auch nicht mal mehr eine Wand ziehen, weißt du? Ja, 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 ja. Wish you a Merry Christmas. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Je weiß. Ach ja, Merry Christmas.